hallo hier ist der martin von meinem anki ist das die dax-analyse ich kann gar nicht mehr sprechen mensch zwei tage seminar hier dahinter und schon halb heiser das ist die dax-analyse für montag den 27 februar 2023 gute quasi heute nicht so lang unser dax hat am freilag richtigen bummerang gemacht wir haben uns zurückgedreht und hatten ja in der analyse für den freitag darüber gesprochen an welcher wichtigen stelle er stand nämlich an einer an der möglichen oberen ausbruchstelle das einzige was er hätte machen müssen der über 55 zu gehen wir hatten gesagt oberhalb 55 hätte eine super gute vorlage oben raus zu kommen hatte auch gesagt über 600 würde ich auf jeden fall auch nach long ausschau halten weil der relativ easy bis 57 49 und so weiter eben hoch kann insbesondere auch auf einen freitag mit einer guten woche davor wo bei den letzten freitagen wirklich viele immer dabei waren die nach oben gezogen sind also wäre perfekte vorlage für ihn gewesen um raus zu gehen das einzige was er eben nach unserer analyse machen sollte war über 55 600 auch drüber zu gehen und wir hatten gesagt wenn er das aber nicht macht und wenn er einfach sich wieder in den bereich 550 nach unten eintritt dann macht er zuallererst das gap zu bei 400 und versucht dann über den montag unten wieder auszubrechen das ganze hatte jetzt ein bisschen abgekürzt und ist bereits zum freitag unten auf die ausbruchstelle geschlagen und ist jetzt tatsächlich unter den tiefst der letzten tage drunter gewesen rein formal wird sich damit ein ausbruchsszenario nach unten als aktiviert betrachten die analyse für die für den montag habe ich jetzt aber eher mehr in die hände der seminar teilnehmer gelegt und die seminar teilnehmer haben nicht ganz unberechtigt ein paar änderungen an meinem chart vorgenommen die ich jetzt hier mit einfügen möchte das eine ist die nacken linie der sks dies ja zu brechen gilt die nämlich so gezogen werden muss ist auch vollkommen richtig haben über die tiefs zwischen schulter kopf schulter wird die nacken linie gezogen und die ist rein formal nach der betrachtung so noch nicht zu 100 prozent durch nagelt wird das nächste ist dass wir nach einem ausbruch oben auch diese trend kanal linie hier unten wieder nachjustieren müssen ja gehen wir hier raus ziehen das doch an setzen das dazu und haben im ergebnis eine situation dastehen dass unser dax vom potenzial durchaus auch charakter hätte hier um zu drehen ganz unabhängig von den teilnehmern und deren analyse hätte ich euch das ohnehin aber auch mitgegeben denn wir haben jetzt nichts anderes als die gleiche situation wie zum freitag nur eben auf der anderen seite er steht nun nachdem er am freitag ja in einer perfekten vorlage oben raus zu stürzen war nun in einer perfekten vorlage unten raus das einzige was er jetzt machen muss ist weitere tiefs zu generieren am besten nach 9 30 nach 10 uhr nach 11 immer weiter tagestiefs rein drücken und der rutscht uns ein gutes stück weiter ja also insbesondere hier eben dann unter 15 1 50 hätte ich jetzt so gesagt unter den vortagestiefs und dann sind wir auch aus all diesen trend verkeilungs nacken linien und so weiter unten raus wird unser dax platz nach unten einfach weiter aufmachen markus hat das richtig analysiert gehabt und hat uns gesagt nächste station wäre so im bereich um 15.000 und dann skis ziel im bereich um 14.800 bis 14.850 ist vollkommen richtig können wir so auch stehen lassen was die teilnehmer auch richtigerweise gesagt haben ist aber dass auf basis dessen was wir halten quasi nackigen chart genommen die haben die linien selber gesetzt und das einfach mal durchgekaut was die auch gesagt haben und was auch vollkommen richtig ist und was wir auch so betrachten müssen wäre wenn unser dax hier gar keinen ausbruch annimmt egal ob wir die linie jetzt so ziehen weglassen sagen die laklinie ist aktiv oder nicht das spielt überhaupt keine rolle ja wenn unser dax hier unten jetzt einen fehlausbruch unter die letzten tiefs macht oder gemacht hat vielmehr und sich nach oben bindet kann er im zweifel sogar wieder bis nach oben zurück erst mal und dann bestimmt sogar schon mal drüber hinaus schnuppern ja das heißt für short haben wir definitiv eine wunderschöne vorlage brauchen einfach ganz simpel weitere tiefere tiefs tiefere hochs wenn wir sowas im tagesverlauf jetzt sehen können wir über den handelstag auch weitere short position eingehen vormittag mittag nachmittag abend vollkommen egal solange der jetzt hier im move bleibt und durch zieht und darf er weiter geschaltet werden und hat auch gutes potenzial nach unten ich bin mir jetzt gar nicht sicher ob es der martin war der das gap unten erwähnt hat oder jemand anderes kriegt gerade gar nicht mehr zusammen war aber eben auch thema wenn die skrs sogar übers ziel hinaus schießt dass wir dann in jedem fall hier unten auch noch mal das gap in den fokus bekommen im bereich um 14.200 also unser dax hat jede menge abwärtspotenzial er muss nun einfach nur aktivieren wartet dieses aktivieren dieses bestätigen aber auch bitte ab ihr habt es am freitag gesehen viele haben nicht abgewartet die haben nur gehört der dax kann steigen der dax hat eine gute wahrscheinlichkeit oben bis 57 zu ziehen und haben einfach dieses wenn er über 550 steigt ausgeklammert und sind halt einfach so reingegangen ergebnis sieht man jetzt wenn man das signal nicht abwartet haben gestern oder im video für den freitag sogar extra noch mal mehrfach betont wartet einfach die signale ab da ging es aber hier grundsätzlich um die sks und sowas ja heißt hier eben auch wer jetzt hier schon ein short drin ist der das mal nichts verkehrt gemacht er hat die schwäche geschwörtert ist vollkommen in ordnung ja wenn da weitere tiefs kommen definitiv probieren vielleicht sogar mal auszubauen vielleicht sogar eine neue short position ergänzend hinzuziehen und noch mal versuchen unten raus position reinzubringen dreht der aber nicht und er fummelt uns nach 9 30 10 uhr keine neuen tagestiefs sondern tages hochs rein oder kommt mit abwärtsgep rein verkauft es direkt hoch und sie dann auch drüber wird sich alles was hier über 2 90 300 geht im zweifel erst mal bis 15.410 regnen und im zweiten sogar einmal über dieses hoch drüber und dann macht er nach fehlausbruch unten noch ein fehlausbruch oben hinterher und hat wieder ganz typisches dachspattern abgeliefert ja also es ist eine super interessante stelle auch auf mittelfristiger perspektive ja das einzige was unser dachs machen muss um jetzt richtig unten raus zu beißen ist weitere tiefs tiefere tiefs nachzulegen und wie gesagt ich würde ihn shorten wenn er uns weitere tiefs bringt bitte aber nicht falsch verstehen und dann hier oben anfangen rumzuschotten wenn der martin gesagt hat er kann jetzt unten raus das wäre genauso missverstanden wie wenn ich sage ich gehe long über 600 und man sagt dann der martin hat gesagt er würde hier oben long gehen also der markt ist jetzt gefallen gehe ich jetzt hier unten lang das ist eine fehlinterpretation ja und von daher können wir es eigentlich so sogar schon stehen lassen jedes weitere tief würde mich richtung 15.000 eher teasern also ich würde schon damit rechnen dass unser dachs unterhalb von 15.150 unterhalb von 15.180 eher dann richtung 15.000 tendiert ja haben die seminarteilnehmer auch vollkommen richtig analysiert und hergeleitet und dann eben auch 14.850 14.830 sollte der sich aber einfach nur drehen und das kam eben auch von den seminarteilnehmern als hinweis dass die letzten kerzen ja abgebremst haben er hat er hier sehr dynamisch nach unten gelegt und hat dann über den schluss schon angefangen etwas abzuflachen und jetzt fehlt eigentlich nur noch auch mit dem doji hier ganz hinten dran ein aufdrehen und er könnte schon wieder richtig schmack nach oben entfalten ist vollkommen richtig wird hier auch so gelten lassen und deswegen sagen dreht er sich hoch macht uns nach 9.30 nach 10 Uhr noch weitere tages hoch kann dann locker bis in die 400 rein und bestimmt sogar auch über 55 einmal noch drüber ja und von daher würde ich das so einfach mal stehen lassen und dann wartet es ab macht es nicht zu früh und handelt vor allen dingen nicht gegen den markt wenn ihr schwäche seht selbst wenn ich es in der analyse so sagen würde dass der markt dann richtig nach oben performt handelt nicht gegen eine schwäche long und handelt nicht gegen stärke short das macht man nicht ganz egal wer irgendwo was sagt das macht man nicht man handelt nicht wenn der markt brutal in die knie geht long drin rum sondern short weil es viel einfacher geht ja es ist wichtig ja und dann kriegt man eben sowas auch vermieden dass man hier an so einem tag halt richtig auf die schnauze kriegt sondern ist dann vielleicht sogar mit der bions releaser hat sich auch short eingetriggert obwohl ich eigentlich ja long gehen wollte oberhalb von 15.600 aber er hat es mir ja nicht geboten er hat es mir nicht geboten was hat er stattdessen gemacht hat sich unter 55 runter gedreht und in dem fall sollte bis 14 bis 15.400 also haben wir unsere elisa da 15 ich weiß gar nicht 15 440 oder 15 450 oder wo sie rein ist auch noch mal short mit reingelegt na weil wir versuchen mit dem markt zu gehen mit dem markt zu handeln und deswegen hier obacht wenn der aus dem schlusskerzensatz heraus eine drehung nach oben hochzwirbelt dann kommt er wieder echt weit zurück und hat hier unten fehler ausbruch stehen lassen ja um unten raus zu kommen muss er wirklich unter das tief unter 15 180 unter 15 150 weiter nach unten drücken tiefere tiefstiefe hoch tiefere tiefstiefe hoch ja wenn ihr sowas seht short 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 vollkommen legitim ok gut dann würde ich hiermit video zu machen wünsche euch viel erfolg zum montag gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis hin tschüss nach oben bei an năm be bei 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 Vielen Dank.